Morgen Klaus, heute kein Rock? Nee, Beethoven inspiriert mich beim Kochen. Oh, hast du mit dem Soßenlöffel dirigiert, was? Tja, das Tischtuch ist versaut und ich brauch's doch heute Abend. Kein Problem, aber dieser Schatten... Das ist deine Hand. Das ist ein Schmutzschatten, der bleibt. Bei niedrigen Temperaturen gibt mein Waschmittel halt manchmal auf. Klaus, noch nie was von Ariel gehört? Das gibt nicht auf. Ariel gibt nicht auf, selbst bei niedrigen Temperaturen. Es bleibt aktiv, ihre Wäsche wird porentief rein, ohne den kleinsten Schatten. Na Klaus, wo ist denn die Soße? Weg. Und der Schatten? Spurlos verschwunden, das nenn ich rein. Kunststück, Ariel, stell so manches in den Schatten. Nur dich nicht. Porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten mit dem konzentrierten Ariel.